Musik Natürlich könnte ich ihn nicht töten. Und solange ich lebe und mein Herz schlägt, werde ich ihn beschützen. Khan sagt, wir können ihn benutzen, um den Krieg zu verhindern. Ja, er kann Wunder geschehen lassen, aber ich will ihn nicht benutzen. Sein Krieg war vorbei, als ich die Raketen auf sein Zuhause richtete. Auf seine Familie. Damit willkommen zurück zu Metro Last Light. So, da haben wir sozusagen jetzt das Kind gerettet. Oh, ist das Tübe. Also, wir müssen wieder aufbeißen. Wir müssen hier das Kind nicht verreckt. Ja, wir sind ja oben. Ach, da kann... Achso, da kann also unsere Luft nicht atmen. Oder so nach dem... Du bist nicht hier. Du veränderst dich. Okay. Ich werde da sein. Im Glanz. Aber ich werde nah bei dir sein. Okay. Wir sind also jetzt mal wieder an der Oberfläche. Und müssen uns mal beeilen, weil... Ich glaube, so viele Schnüffelstücke hatte ich gar nicht. Oh, eine neue Maske. Eine neue Maske ist schon mal gut. Danke, Herzblatt. Ach so, das... Oh, du warst... Dieses Vieh, das ist doch dieses... Hässliche Fluchvieh wieder irgendwo, oder? Ach, guck mal, was da drüben ist. Schrottflintenparty. Minterstens. Okay. Jetzt muss man mal schauen, wo es ja eigentlich jetzt hier hin soll. Alter, was ist denn los hier mit euch? Heut ja ab. Da lang geht es schon mal nicht, okay. Eigentlich ist ja Wasser ungesund, wurde mal gesagt. Aber ich denke mal, mir bleibt wohl jetzt nichts anderes übrig, als... Den Weg hier lang zu gehen. Medikids hat er noch gehabt? Okay. Und zu scha... Oh ja. Ach so, endlich Kopfschuss. Okay, das ist schon gereicht. Eine Munition umsonst raus. What the, what the, what the, what the fuck. Da ist er doch. Bleibt ja oben. Was ist denn durch los? Ach ja, er nagt. Alter, erschreck mich nicht so. Hör ab. What the hell, will ich ja überhaupt hin? Das Kind. Ich habe ja nichts mit dem Kind am Hut. Danke. Alter. Alter. Stirb, du Vieh. Fuck, 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 fuck. Hau ab. Komm her. Schön, dass sie mich fürchten. Brick, wir wohnen hier viel, weil sie mich töten wollen. So, Herr Scherf. Gott. Ich will doch einfach nur raus hier. Okay, bleib hier oben. Nur um die anderen Leute, seid stark. Ihr könnt jeden töten. Schön, wenn wir jeden töten können. Der hat es aber anscheinend nicht geschafft, jeden zu töten. Muhahaha. Ne, ne, ich nehme natürlich meine Waffe wieder. Ich wollte bloß die Munition haben. Klick, 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 klick. Achso, die Lärchenlampe brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Aber ich kann es mal aufladen. So. Langsam muss ich mich aber trotzdem mal beeilen. Ich komme mit dir. Etwas, das du kennst. Ich brauche es. Verstehst noch nicht? Etwas Wichtiges. Also. Okay. Ich höre schon wieder so Mistvieh. Oh, oh, oh. Ach, hier runter. Boah. Ich würde nicht ins Wasser springen. Oh, nein. Ob das jetzt so gut war, wäsche ich es jetzt nicht. Wenn ich natürlich jetzt auf der gleichen Seite wieder raus habe, wo ich reingehobt bin, ne? Ne. Okay, das ist... Ich hoffe... Ne, ich glaube, ich bin davon da drüben gekommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Danke, Junge. Ja, 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 ist okay. Ich werde es dir danken. Ich weiß. Ich habe richtig heiß hier unter mir zusammen, oder? Tatsache. Oh, lalala, lalala. Ja, weil wir wollen ja nicht Nugget sein. Ich will auch, wie du. Ich bringe mich hier raus in die Gerisskleidung. Alter, Falter, wo bin ich denn hier? Ja. Ein Glück, wo ich nicht dann irgendwo gerannt. Hehe, da wäre es in jene weitergegangen. Oh. Noch mehr. Ach, guck an. One. Komm her. Friss. Mann, Alter. Lass mich doch in Ruhe. Alter, was ist denn hier los mit dir? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was kannst denn du einstecken, du Misty, oder? Das habe ich so schlecht jetzt getroffen. Oh, shit. Okay, zumindest hat der noch... Irgendwas war gerade noch hier. Oh, was ist denn das? Ach, das ist dieses Luftdruckgedöns. So, was behalte ich denn da mal jetzt? Das kann ich abgeben, ans andere behalte ich. Okay, ach. Du bist das mit diesen Pfeilen. Das ist das mit den Pfeilen. Hups, das war nicht so gedacht. Ah, okay. Heben wir mal für... Andere Gegner auf. Zumindest wissen wir jetzt mal, was die Dreiecke hier sind. Da auch geht es nicht. Da beleuchtet irgendwas. Komme ich da hoch? Wie ich das sehe, nie. Das heißt, du dann jetzt nicht hier rein, oder wie? Ach so, Batterie ist voll. Okay. Das wird erinnern. Wo seid ihr, Jungs, Tücher? Oh, shit. Können wir eigentlich auch mal... Das den gleich mal austesten. Aber egal, was kommt. Ob das ist gut, oder das ist scheiße. Schnüffelstücke. Oh, ja. Oh, da sind wieder was. Schnüffelstücke ist schon mal gut, weil... Es ist scheiße, das Ding. Ich habe beschlossen, es ist scheiße. Schrottwind ist viel besser. Effektiver. Und, na gut. Sag mal so, das Ding ist vielleicht jetzt... Ja, so mal auf Dauer gesehen nicht ganz schlecht. Wenn man mal bedenkt, dass hier... Ist das gleich mal, wenn es mal die Munition ausgeht, oder so? Weil du kannst es wiederholen, aber das ist doch alles. So, hier hoch muss ich jetzt so. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, dann hätte ich das mal machen. So, als Warnung. Für mich. Dass ich nicht nur mal hier rankomme. Da, guck an, da ist er noch. So. Ich habe mir aus dem Geschichte gemacht. Oh, nein. Was bist denn du eigentlich hier für ein Trotz? Ich spalte dich jetzt einfach mal, aber du bist Trotz, das gefässt mir nicht. Wenn ich diese Flügelschläge schon wieder höre, das heißt, dass hier irgendwo so ein hässliches, großes Fliechvieh ist. Und dieses Fliechvieh ist doof. Sehr doof. Erschreckt mich nicht, ich sag dir's. Ah, ich muss mal kurz bitte die Batterie aufladen. Ach, guck mal, da drüben. Die russische Kapelle. Oder was auch immer. Oh, erschreckt mich nicht, du mit Kleidung. Cool. Junge. Du bist richtig cool. Oh, die wurden ein bisschen überrascht. Ich glaube, ich kriege gleich wieder ein Papamugano hier. Boah. Erschreckt mich nicht so. Alter, mein armes Herz. Ähm. Bin ich schon wieder in die Soße. Und jetzt? Nein, Glück. Was denn? Oh, nicht an, wie da... Ich glaube, darauf sollte ich aufpassen, oder? Okay. Also, was soll ich jetzt aufpassen, hier? Uh-ha. Du kannst gleich unten bleiben, du Mistvieh. Komm, stirb doch einfach. Stirbst du jetzt einfach mal? Mann, sehr gut. So, ich muss jetzt auch noch auf dieses Flieschvieh aufpassen, hier. Fällt mir natürlich ganz prickelnd. Alter, fällt der so. Aber, ne, komm. Du kannst mir mal kreuzweise. Ich bleibe jetzt nicht mehr auf dieser Eisschalle wegen dir stehen. Was soll ich denn hier hin? Alter. Jungs, Angst habe ich keine, aber flinke Beine. Nu? So, dann wechseln wir gleich mal die Maske. Gut, das reicht also auch. Oh, Titanic. Du, 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 du. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber das passt schon mal. Aber ich glaube, dort nirgendwo muss ich jetzt. Wollen wir mal, alle heppah. Rauf auf die Straße. Und alle heppah. Ne, 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 du kannst mich mal hinten, aber kreuzweise in Ruhe lassen. Und alle heppah. Ihr werdet alle mal gänzlich ignoriert. Einfach sowas von. Ich habe weniger, weniger, weniger Lust. Guten Tag. Lust noch, Interesse habt mich mit euren zu tun. Genau das sind wir, dumm und böse. Und alle heppah.